Hallo und herzlich willkommen bei uns in der KITO Academy. Mein Name ist Minna Freiberg und ich stehe hier heute zusammen mit Marcel Krause, unserem technischen Experten für den RX. Marcel, wenn wir über den RX sprechen, dann geht es gleichzeitig auch immer um Wartungsfreundlichkeit. Ja, das ist für mich auch persönlich einer der wichtigsten Punkte bei unserem RX. Das kann man an einem Beispiel sehr gut darstellen, zum Beispiel unsere Hubwerkskupplung. Die ist auf Lebensdauer des Zuges ausgelegt und bedarf keiner gesonderten Inspektion oder Wartung. Wir haben aber auch ein Planetengetriebe, was mit einem Long-Life-Fett geschmiert ist. Kannst du was über die Eigenschaften erzählen? Ja, da gibt es wirklich einige Eigenschaften, die dieses Fett so besonders machen. Zu allem die thermische und mechanische Stabilität. Es hat eine sehr gute Haftung auf Metall, eine außergewöhnliche Wasserbeständigkeit, Oxidation zum Korrosionsschutz und zudem enthält das Fett kein Blei oder Schwermetalle und ist dadurch nicht schädlich für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt. Außerdem haben wir auch noch eine zusätzliche Sicherheit in Bezug auf unser Getriebe. Ganz genau. Ebenfalls ein wichtiger Punkt und schon wie du gesagt hast, eine zusätzliche Sicherheit. Wir haben verbaut an unserem Getriebe ein Überdruckventil, dass wenn es mal zu einem Überdruckfall in unserem Getriebe kommt, dass das Fett nicht in die Trommel oder in die Kupplung reinläuft, sondern über dieses Ventil abgelassen werden kann. Bei weiteren Fragen dazu können Sie natürlich gerne unseren Customer Service kontaktieren oder Ihren Area Sales Manager und unser technischer Support steht natürlich auch immer zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.